Tauchen Sie ein in die Sehusa-Wasserwelt und erleben Sie einen unvergesslichen Tag im Wasser. Das Kinderbecken beherbergt neben einem Piratenschiff, das die Attraktion bei allen Kindern ist, tolle Schaumstoff-Spielsachen und die Garantie, nicht mehr wegzuwollen. Die rasante, über 70 Meter lange Zauberrutsche mit Musik und Lichterfunkeln ist die zweite Attraktion bei den Besuchern. Das 25 Meter Schwimmbecken hat einen 3-Meter-Turm und bietet genug Platz für Wasserratten und Schwimmnixen. Im Kinderparadies haben Eltern Zeit, ihre Kleinen spielerisch an das nasse Element zu gewöhnen. Die Sohlebecken laden ebenso wie der Whirlpool zum Entspannen ein und danach unter den Wasserfallen einfach herrlich. Im Außenbecken, welches ebenfalls Salzwasser enthält, haben sie Zeit, sich in frischer Luft zu bewegen und die Massagedüsen zu genießen. Entspannung verspricht auch der Sauna-Bereich. Neben der Blockhaus-Sauna, der finnischen Sauna, einer originalen Mar-Sauna, einem Biobad und einem Dampfbad, gibt es natürlich auch einen Ruheraum, einen Wintergarten mit Saunabistro und eben alles, was den Saunagang so angenehm macht. Sehusa Wasserwelt Entspannen Sie sich Entspannen Sie sich Untertitelung des ZDF, 2020